Dieses 160 Quadratmeter große Wohnhaus besitzt zwei Etagen und liegt direkt am Naturschutzgebiet der Au. Das Erdgeschoss hat 51 Quadratmeter, bestehend aus einem Vorraum, einem Abstellraum, einem WC und einer 37 Quadratmeter großen offenen Wohn-Essküche mit Raumteiler. Von hier aus gelangt man auch auf eine großzügige 30 Quadratmeter große und überdachte Terrasse mit gemauertem Grill, einer gemauerten Dusche und einem Terrakotta gepflasterten Gartenbereich mit Pool und einer Pooltechnik-Hütte. Weiters befindet sich im vorderen au-seitigen Gartenteil eine weitere überdachte Terrasse von ca. 17 Quadratmetern und einer gemauerten Sitzecke sowie einer Gartenhütte mit ca. 6 Quadratmetern. Im Obergeschoss befindet sich ein 8 Quadratmeter großes Badezimmer mit Eckbadewanne, einem WC und Waschbecken sowie Waschmaschinenanschluss. Außerdem zwei Zimmer mit je 18 Quadratmetern, zwei Zimmer mit je 11 Quadratmetern und ein Zimmer mit 16 Quadratmetern. Zusätzlich noch ein Abstellraum mit 4 Quadratmetern und ein Balkon mit 25 Quadratmetern. Das Haus ist sehr hell und freundlich, in absoluter Ruhelage. Beheizt wird das Haus mittels Gastherme. Vor dem Haus befindet sich eine Bushaltestelle, wodurch alle im Umkreis befindlichen Schulen innerhalb von wenigen Minuten erreichbar sind. Auch die Nahversorgung durch diverse Lebensmittelgeschäfte ist gegeben und der Hauptplatz ist innerhalb von 15 Gehminuten rasch erreichbar. Zum Haus gehört auch ein Autoabstellplatz im Freien. Ein Garagenplatz kann von der Eigentümerschaft zusätzlich erworben werden. Die Betriebskosten belaufen sich derzeit auf 190 Euro pro Monat. Für diese Liegenschaft findet ein Bieterverfahren statt. Insgesamt wird es drei allgemeine Besichtigungstermine geben. Am 18. März von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, am 14.04. von 15 bis 16 Uhr und am 27.04. ebenfalls von 15 bis 16 Uhr. Der Zutritt zur Immobilie erfolgt nur nach vorheriger Anmeldung, entweder per E-Mail an buchinger.immoplus11.at oder telefonisch unter 0676 4141063. Kaufanbote können nur auf den von Immoplus11 ausgehändigten Formularen bis zum 10.05.2018 abgegeben werden. Der Kaufpreis beläuft sich auf 385.000 Euro. Bei diesem Preis handelt es sich um einen Richtpreis, der sich sowohl nach unten als auch noch nach oben verändern kann. Immer vorbehaltlich der Annahme durch den Abgeber. Die Provision beträgt 3,6 Prozent brutto vom erzielten Kaufpreis. Und wenn auch Sie eine Immobilie zu verkaufen oder zu vermieten haben, wenden Sie sich an Immobilienplus11 GmbH und Co. KG. Wir kümmern uns gerne und professionell um all Ihre Anliegen rund um Immobilien.